Weißt du, was das wirklich seltsame an die ganzen Schaufler ist? Alle haben zuerst einen Mord begangen. Und ich rede nicht von irgendeinem kalkulierten Mord. Ich habe keinen Mord aus irgendeinem Impuls heraus. Ich rede von einem Mord aus tiefster Überzeugung. Genau das macht dieser Pilz mit uns. Und genau das macht es auch so gefährlich. Es startet mit einer simplen, meist ganz konkreten Vorstellung. Ein Ziel, eine Bestimmung. Du selbst fühlst dich komplett wohl damit. Aber in Wirklichkeit bist du längst beeinflusst. Es ist im Wasser, in der Luft, in unserem Essen. Seit bald schon bricht das ganze Stromnetz zusammen. Die Leute dran tun werden paranoid. Man kann nichts machen. Man verändert sich einfach. Alle verändern uns. Und was heißt das? Wir alle werden einverleibt, bis wir letztendlich zu einem einzigen Netz aus Zellen und Fasern versponnen sind. Und in jedem Mal einen Monat wird die Welt, so wie wir sie kennen, nimmer existieren. Nein. Denk noch, es liegt schon immer in unserer Natur. Erst wirst du zum Mörder, später Teil vom größten Lebewesen, das jemals existiert hat. Es ist unser unabdingbares Schicksal. Das ist unser unabdingbares Schicksal. Und es ist unser unabdingbares Schicksal.